hey leute und willkommen zu einer neuen folge minecraft bedwars mit mir tobi und flori ich bin ja genau das wollte ich gerade sagen ach scheiße weißt du da sagst du einmal nicht mir ich bin hier ich kann ich nur nicht sehen ich bin direkt in der höhe doch jetzt sehe ich dich ok tobi bis richtige höhe nee tobi nicht mehr höher tobi warum hast du dich einen block höher gebohrt was soll die scheiße schon wieder weißt du das ist schon wieder total nötig von dir ja da hast du wieder einen block verschwendet das ist so scheiße da sogar mehrere ey ne einen tschemal hab ich gesagt dass ich gerade viel hol das gold floh oh nein beeil dich ja wir haben ganz viel gold kommt zurück ganze vier stück okay pass auf floh nein ich bin doch direkt hinter dir du schwast ich muss mir jetzt ganz schnell ein schwert kaufen von dem silber was ich habe falls hier einer hinkommt ich kann dir auch noch zwei geben ich habe ein schwert ja das wäre gut dann kann ich dir nämlich auch ein schwert kaufen und dem tobi okay floh hier hast du dein schwert oh hier tobi floh komm mal hier runter wieder und dann kriegst du gute rüstung weil du hast hier floh weil du hast da kommt er nach vom blau floh 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 schieß 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 du bist so behindert floh warum hast du nicht getroffen floh du bist so schwertig schöpfer um das bist du so inkompetent wie kann man wie kann man dich überhaupt nur auf diese welt geboren haben ja tu das nicht mehr wie das denn ich krieg gute rüstung ja hier ist nicht wichtig ich gebe doch gerade ich gebe doch gerade hey ich habe noch kein essen also floh dann gib mir den boden feiges hier tobi 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 hier floh gib mir den boden da bist eh zu schlecht dafür bin ich auch so mein Gott Floh du musst jetzt mal komm Floh wir machen jetzt ja haaa aber was bringt das so direkt schwer zu chill 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 ja floh du bist aber trotzdem viel zu langsam entspannt euch hier ist äh eisentobi kannst du gehen äh ja hier sind erstmal blöcker so ich bin bei dir floh ja wo bist du denn tobi oh green ist online ok ähm floh warte lass mich doch vorrennen ich hab doch ein pass auf floh ich bin down aber ja was soll ich machen wenn er einen rückschussknüppel hat achso ja gut ich dachte jetzt weil ich ja zehnmal gesagt hab blau 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 ja ja aber ich musste mich für ich kann dir noch ein eisentobi opfern mein freund jetzt hätte floh opfern opfern musstest du dich ja aber sonst hätte er dich geboxt und da wollte da da hab ich mir gedacht ich geh lieber ja der der tobi nice der tobi kommt schon und ich erküpp mich wie viel gelb wie viel gelb hast du ja der hat er hat er grad gesagt 4 5 schicken bogen vorsicht oder blau weiße die am aufbogen wenn es zu grenzlich wird dann zieh dich zurück wer da am bogen grün so die probieren mich runterzuschießen und haben mich nicht getroffen sehr gut boah die sind echt gemein warum machen die denn sowas spiel jetzt hab ich mich auf blau aufgepasst du bist nicht tot oder ooooh sehr gut ja ich kann ihn nicht alleine halten wenn blau und fliegen auf ja dann hab ich mich an ja ich hab ja nicht auf dings aufgepasst alter raste nicht aus du hättest dich ja bewegen können ich bin nicht ausgerastet du hättest dich trotzdem bewegen können ja aber ich brauch Hilfe weil ich hab keinen bogen und die haben alle bogen vorsicht hinter dir b von da hinter mir scheiße Tobi die beschießen mich alle ich hab ja vier Gold wieso rennt Torben rennt rennt doch Torben kann nicht das Gold mit in die Mitte nehmen das Eisen ich hab kein Gold ich weiß ich wollte nur Torben decken ach weil das Gold ist wichtiger als das Eisen ja aber ich dachte erst du willst in die Mitte nennen weil du dich da so gut sollt nur den Torben decken ich hab mir von dem Gold eine Eisenspitzhacke gekauft was wah tobi hehehe bei mir leckt sie ich hab nichts verstanden was hast du denn gesagt er hat sich von dem Gold eine Eisenspitzhacke gekauft auch mal jetzt jetzt hört mal auf damit mich hier zu beschießen ja aua oh fuck der gelbe schießt ja hehe ok ich bin dauernd oh Junge Das war ein Spaß, Mann. Tobi sagt, was ist denn mit euch los? Ja, ich habe den gelben mit Bogen runtergeschossen. Tobi, der gelbe mit Bogen ist down. Jetzt fehlt nur noch der blaue, aber der hat mir gerade viel... Ja, der hat mir gerade viel... Ich habe nur drei Leben und wenn mit einem Schuss habe ich... Okay, jetzt hat... Nein, ich töte den. Flo, pass auf, da ist einer mit Rückstoß. Zieh dich doch zurück, warte, bis ich den mit dem Bogen erreiche. Na gut, dann halt nicht. Ich meine, hab ich gesagt. Den gelben treffe ich. Und tschüss. Den gelben habe ich auch nochmal getroffen. Auch nochmal. Nice, komm zurück, komm zurück. Hä, ich bin gar nicht in der Mitte. Renn zurück. Ach Tobi. Ach Tobi, wie kannst du uns? Ja, der da hinten gerade anscheinend auch. Oh, das ist der blaue mit Bogen, den muss ich noch down kriegen. Damit unsere Challenge erfüllt ist. Damit was ist? Damit Tobis Mission für mich erfüllt ist. So. Ich trinke nämlich immer Steuerung, seit ich mit Steuerung sprinte. Ach, habe ich auch ganz oft gemacht. Ich mache das nicht. Also ich sprinte nicht mit Steuerung, auch nicht. Ich schon, das ist ganz praktisch im PvP. Ja. Okay, Flo, komm, den Bock kriegen wir dann noch runter. Nee, wahrscheinlich auch, weil ich nicht die Zahlen benutze. Hat gut vor... Oh, ja, die benutze ich auch nicht. Weil vor allem... Flo, stell ich da nicht so offen hin. Der blaue da hinten hat einen Bogen. Ich habe Schwert auf 9. What the fuck? Was? Ja. Wie kannst du damit überleben? Ich habe mir das irgendwann mal... Auf irgendeinem Server... Oder das ist allgemein so, wenn man was aus den Kisten nimmt, kommt das auf die 9. Ich habe auf der 9 mein Essen. Und bei Survival Games... Nee, ich habe auf der 1 meine Blöcke und das Essen habe ich jetzt auch für 4. Auf für 8. Das Essen... Und auf für 7. Ah, nee, Essen habe ich auch für... Wieso? Warum? Achso. Boah, ich muss den... Junge, der Blaue mit dem Bogen kotzt mich an. Ah, nee, gut, die haben den Weg noch... Und mich noch nicht gesehen. Die haben mich noch nicht gesehen. Hallo. Bitte tötet jetzt mal gerade ganz kurz keinen Bock. Oh, scheiße, das war fast... Ah, gut, du hast den Blauen mit dem Bogen abgelenkt, Tobi. Ich wurde getötet. Mann, das kann nicht wahr sein. Ja, von dem Blauen mit... Bo... Bo... Tobi, Kettenbrust ist in der Kiste. Ja, wie soll ich den denn kriegen, wenn der zu seiner Base rennt? Du hast doch gerade gesagt, du hättest ihn getötet oder... Hä, nee, ich habe gesagt, sehr gut, du hast den abgelenkt. Ja, danke. Ja, ich wusste ja nicht, dass er dich direkt trifft. Ja, ich dachte, ich hätte ihn dann... Ja, ich dachte, ich hätte ihn dann... Hä, hab ich doch mit... Du hast den abgelenkt. Da hinten ist er, der bohrt sich hoch. Tobi, der bohrt sich hoch. Ich habe ihn getroffen, Alter. Ja, der bohrt sich wieder hoch. Grün ist in der Mitte mit Bögen. Ja, okay, äh... Einfach nur nicht auf mich schießen, Torben. Ja, aber der ist ja bei seiner Base. Moment, da muss ich dir helfen irgendwie. Ja, ich weiß. Warte, Tobi. Nicht... Tobi. Ja, was soll ich denn machen, Torben? Ja, ich kann doch nicht, äh... Ähm... Von der Mitte da hinten hinschießen. So, jetzt habe ich ihn getroffen. Ist er runter? Nee. Ähm, Torben? Ja. Ich renne einfach... Ich... Ja, ich muss auf die... Ich muss auf unsere Base aufpassen. Nice. Das war ein Grüner, der ist über die Wolken gerannt. Der hat sich auf... Ja, das wollte ich ja auch machen. Aber ich... Oh, Leute. Scheiße, ich habe vier Leben. Da kommt... Der ist runtergefallen, Flo. Flo, der ist runtergefallen. Ja. Oh, Leute, dadurch ist das mein Tod, Jubel. Äh, mein... Pass auf, da kommt aber ein Grüner über... Den kannst du jetzt runterschießen, Flo. Flo. Sehr schön. Sehr schön. Okay, ähm... Ja, Blau ist quasi tot. Ja, kommt ihr mal die Mitte halten. Ja, ich komme. Ich komme auch. Äh, gib mir kurz viel Gold, falls du hast. Schmeiß deinen... Los, schmeiß ihn. Vorsicht. Wir haben vergessen, nach deiner Stimme zu gucken, Tobi, aber... Ich hoffe mal, dass jetzt... Sprich mal bitte kurz. Hallo. Ja, Mann, ich habe mich hier immer noch einen, also geht schlecht. Ja, wir, wir, also... Wir müssen gucken mal nach... Also, mor... Also, ähm... Morgen... Blob und Gelb lebt auch noch einen. Da ich heute keinen Bock mehr drauf habe. Oh, vier Gold. Ähm, Gelb lebt auch noch einen, achso. Mein Gott, das waren jetzt aber Startschwierigkeiten, würde ich sagen. Na, aber jetzt haben wir die Mitte. Wo ist denn der Gelbe? Aber dann ist das halt mal nicht so super... Hä, wir spielen doch nicht erst vier Minuten, oder? Äh, nee, zehn. Achtzehn. Hö, was ist das denn dann, weil da stand Zeit des Unentschieden? Leute, das ist ein blauer Haar, ich hab... Eine Stunde und 20 Minuten. Einfach einen Schuss in den Blauen abgegeben und hab den gekillt. Hä, wo... Erklär mir bitte, wo der Gelbe sein soll. Kein bisschen in deren Base oder so. Nee, da ist keiner... Ich hoffe jetzt mal nicht, dass der sich hochbaut. Oh, ich irgendwie zu uns dürfte gehen, halt nicht. Äh, stopp. Ja. Oder der hätte über die Wolken irgendwie gehen, obwohl, nee, da... Loll, guck mal, guck mal, guck mal, wie die eine da steht, ey. Die kriegt erstmal einen Fall. Hä, hä. Fick dich. Äh, da oben mit seiner. Ja, ich weiß. Aber auf dem Baum sehe ich da auch keinen, leider. Doch, da ist er! Da oben ist er doch. Da baut er sich. Der war gerade... Gerade hat sich... Doch, das ist gelb. Der hat doch... Ach so, der springt da runter. Lass, lass. Komm, das schaffst du, Junge. Jawohl. Yes. Junge, bester Mann in der Hut. Hat er gut gemacht. Boah, Tobi, nein, das kannst du jetzt nicht tun. Tobi, bitte lass mir wenigstens ein Kilo, okay? Ich hab dir auch immer eingelassen. Tobi? Tobi? Mein... Nein! Haha, GG. GG. Camper, wir standen eine Minute in der... Ja, Leute, war... Boast-Spammer sind wir übrigens auch, weil wir haben die ganze Zeit durchgeboast-spampt. Ähm... Noch ein paar Uhren. Äh, okay. Leute, ich denke, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielleicht hat er ja dann einen Bann, wenn jemand Lust hat, den zu reporten. Geht sterben. Alter, Gomme. Wenn du das liest, ne? Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao. Auf.